Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute, am 4. Advent, singe ich das Lied für die kommende Woche, was in den Gottesdiensten heute gesungen wird. Nun jauchzet all ihr Frommen zu dieser Gnadenzeit. Heute früh um 10 Uhr war es soweit und jetzt können Sie mit einstimmen. Nun jauchzet all ihr Frommen zu dieser Gnadenzeit, weil unser Heil ist Kommen, der Herr der Herrlichkeit. Zwar ohne stolze Pracht, doch mächtig zu verheeren und gänzlich zu zerstören, ist Teufels reich und hart. Er kommt zu uns geritten auf einem Eselein und stellt sich in die Mitten für uns zum Opfer ein. Er bringt kein zeitlich Gut, er will allein erwerben durch seinen Tod und sterben, was ewig gelb währenddut. Kein Zepter, keine Krone sucht er auf dieser Welt. Er will hier seine Macht und Majestät verwöhnen, bis er des Vaters Willen im Leiden hat vollbracht. Ihr Mächtigen auf Erden, nehmt diesen König an, wollt ihr beraten werden und gehen die rechte Bahn, die zu dem Himmel führt. Sonst, wo ihr ihn verachtet und nur nach Hoheit trachtet, des höchsten Zorn euch rührt. Ihr Armen und Elenden zu dieser bösen Zeit, die ihr an allen Enden ist, haben Angst und Streit. Seid dennoch wohlgemut, lasst eure Lieder klingen, dem König lieb zu singen, der ist euer höchstes Gut. Er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit und all euer Klag und Weinen verwandeln ganz in Freude. Und seid stets gegenwärtig, er ist schon auf der Bahn.